Jetzt, guck mal so wie du fahren würdest. Ja, passt. Ja? Mhm. Filmst du auch? 9, 10, ja. Bist du bescheuert aus wie du bekommst? Ja, gute Fahrt, ne? Eine schöne Fahrt ist die Frau mit. Ja, irgendwie blinkt alles, aber hier läuft wieder kein Schwein rum. Er meint unten blinkt wieder alles. Ich fahre mal kurz ein Tipp vor. Kannst du mich nach vorne schieben? Ja, warte. Kann ich die Kette nochmal fetten oder reicht das? Reicht. Ja, bitte, würde ich sehen. Jetzt schon mal kurz. Pfff! 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 alles aus auf der strecke wieder alles wieder aus auf der strecke hier vorne hat es gerade geleuchtet ja hier habe ich gerade ausgemacht aber sonst leuchtet nichts mehr wo sonst nicht nur hier vorne also dürfen wir fahren oder was ja wir dürfen wir zurückschieben vielleicht ja das wollte ich dir gerade anbieten kriegst du den so an oder muss ich dich anschieben alles klar danke so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020